Oh, das tut mir natürlich leid, wo du sie denn? Das ist alles bei den Blumen, oder? Aha. Okay. So. Dann hoffe ich ja mal, dass wir das Problem damit lösen können. So. So. Sollte sich das Knöchel lösen, oder? Wenn die da durchlaufen können. Da tue ich, aber hier noch nicht hoch. Okay. Tja. So. 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 diesen. So. 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 Fisk andere die die Bombe gibt. Doch die Bombe macht die Straßen auch weg. Und da sollte man so ein Geländerchen, was da noch rumsteht, braucht keine Hürde bedeuten eigentlich beim Wegsprengen. So, ich muss immer schön gucken. Nicht, dass sie hier noch ungewollte Rückwege finden oder und dann auf einmal irgendwo rumlaufen, wo sie sich dann wirklich verlaufen. So, wie sieht es aus? Da haben wir noch was. Schirm habe ich schon ausprobiert. Schirm haben wir schon. Ich möchte was trinken. Ja, wo bist du? Ich möchte was trinken. Ich mache mal. Okay. Oh. Oh, das sieht aber nicht gut aus, wenn ihr da kotzt, ne? Ich mache euch mal hier. Ich mache mal hier nochmal. Wo bin ich denn jetzt? Ne, da bin ich ja falsch. Da bin ich immer noch falsch. Hier will ich hin. Ja, die wird man glaube ich bauen. Aber es gibt erst mal... So. Das war's. Hurra. Hamburger, Hamburger. Halbes Hähnchen oder Bockwurst, das wäre natürlich, ich würde Bockwurst bauen. Ich könnte, Bockwurst stand. Heiß. Halb war ja richtig hoch, der soll ja hier hin. Er hat einen Weg drauf gefunden, der sich bewegt, der findet, was soll ich denn machen? Zulettet. Halt, nicht drehen, bauen wollte ich. So. Machen wir noch etwas Kleines. Zwischendurch, der ist doch, wenn der hier oben steht. Zulettet. 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 so immer noch nicht so teuer 80 oh 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 ja hier auf sie ja so gut ja 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 Okay. Okay. So. Okay. Oh, die mähen auch krassig. Okay. Ja, schon wieder vergessen. Ich würde ja bauen. Ich wollte ja bauen... Demontrop. Erstmal hauen wir noch hier. Ja, Einspurbahn. Okay, dann. Okay. Die Brücke möchte ich natürlich lassen. So, sonst kann ich ja gar nicht sehen, ob meine Bänke noch ganz sind oder nicht. Oh, Geisterauskommt auch immer gut, ja. Die Anja hat ja geschrieben, Geisterbahn. Geisterbahn kommt ja erst später damit. Und brauchen wir dann natürlich auch. So, hier kann ich Geisteraus hin. Die Wege links und rechts am Klo vorbei. Okay, alles Roger, alles super. So, passt. Da ist ja noch weniger. Dann sollte diese Darstellung ja ausreichend sein. Okay, so. Erst aus 80. Immer noch günstig. Wie gesagt, das verstehe ich immer nicht. Voll wahr. Eintrittspreis günstig. 10,000 Besuche, das ist natürlich auch schon im Jahr 2. 1000 Besucher. Besucher kriegen wir nur über. Mit über Warteschlangen. Warteschlangen vollen Attraktionen usw. So, ich denke noch den Trupp wirken wir bauen. Wie das endlich mal. Ach, wie war das jetzt mit dem Eingang raus? So oder? Kann nicht. Okay. Und jetzt? Nein. So. Kannst du den so? Okay. Okay. Ahem. Okay. 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 Vielen Dank.